so leute ihr seht oben schon im titel es ist mal wieder zeit für ein blackie zeigt und blackie zeigt heute katana sleeves von ultimate guard die guten katana sleeves meine hass und meine liebe gleichzeitig ich habe noch nicht so viel mit denen rum testen können und deswegen bin ich da sehr dankbar dass die mir mal ein paar zugeschickt haben mit denen ich jetzt müssen rum testen kann mit denen ich ein bisschen was ausprobieren kann ich habe weiß schwarz blau und rot rot ja ich werde die weißen mal nehmen wird die ein bisschen durch testen wird mal gucken was die so drauf haben das ist im endeffekt der pro claimer für das eigentliche video so ich packe mir jetzt mal die weißen hier mal aus okay gucken was die so können diese höhlen ich werde jetzt auch ein bisschen länger testen tatsächlich auch weil ich gerne ganz gerne würde ich dazu noch keine ausreichend für mich persönlich ausreichend genügend test gemacht habe ich habe mal so eine kleine charge bekommen von einem kollegen die zu klein geraten waren habe ich ein bisschen mit rumgespielt der unterschied zu anderen höhlen liegt finde ich darin dass die höhlen wirklich super super leicht ineinander gemischt werden können also wenn ich das hier mit normalen sleeves von anderen herstellern mache ohne karten drin das geht bei denen hat gar nicht in die fallen richtig schön ineinander dementsprechend werde ich mal diese weißen hüllen mal ein bisschen auseinander nehmen und dann kann ich euch dazu mal etwas genaueres sagen so ich habe nachgeschaut das müsste die matte sein nicht benutzt habe damit das video schön einheitlich ist ich habe etwas abgehalfterte abgeranzte durchgespielte man sieht das wenn man das sieht an meinem finger auf jeden fall sieht man hier die die stellen die jetzt ein bisschen länger täglich benutzt und ich muss sagen ich bin doch sehr begeistert davon aus mehreren gründen erstens mir ist in der ganze zeit keine einzige kaputt gegangen zweitens der top ist immer noch relativ straight also der roten mehr sowieso aber normal so köln die hier relativ stark die fangen jetzt langsam an was ich nicht mag ist tatsächlich man sieht das was die für einen dreck ansetzen also das habe ich bei den anderen ich weiß nicht ob es jetzt da nicht dass ich die weißen genommen habe aber das habe ich bei anderen herstellern nicht allerdings muss ich auch sagen was ich sehr sehr gut finde man sieht hier die ecken man sieht keine knicks also die haben das alles komplett überlebt und ich denke auch so für turn and play oder und so werde ich die katanas weiterhin benutzen und werde dann auf turnieren in diese katanas umslieven nicht genau in die hier die sind für meine verhältnisse schon sehr frige aber grundsätzlich für turn and play sind die echt gut ich glaube halt dass die langzeit investitionen dafür relativ hoch ist weil man doch sehr oft seine sleeves umslieven muss und auch irgendwann dieses shuffle gefühl nicht mehr da ist ich habe es mit karten geschaffelt und ich muss meine aussage von damals immer noch unterstützen ich habe noch nie mit so geilen hüllen gemischt also wenn ich mir hier anschaue was die wirklich für eine für eine scharfe kante haben die wirklich ineinander gleiten es ist wirklich wirklich angenehm und ich mag die katana sleeves ich finde die echt gut ja ich bin ziemlich begeistert dafür dass ich eigentlich von hüllen eher anderen firmen bevorzuge muss ich sagen gefällt mir sehr gut was ich halt nicht so gut finde ist tatsächlich dass sie halt sehr schnell verdrecken gerade man sieht einmal ohne ohne matte gespielt ist man direkt hat man direkt alles kaputt wenn man jetzt mit matte spielt habe ich dann gemerkt ist nicht ganz so schlimm aber es passiert halt trotzdem so matten sind halt auch nicht unbedingt sauber aber sonst ich bin sehr 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 begeistert ich finde die hüllen echt gut ich kann die auch wirklich empfehlen gerade für leute die wirklich probleme haben mit mission also wenn es darum geht dass ihr entweder zu kleine hände habt und deshalb nicht komplett leicht ineinander mischen könnt ihr probleme habt dass eure karten ineinander haken oder so dafür sind die hüllen richtig gut also auch für mischlegastheniker sage ich mal geeignet weil die wirklich komplett ineinander fallen also wenn ich den habe ich ohne ich mische die die ganze zeit ohne dass karten drin sind und trotzdem funktioniert es einwandfrei das ist wirklich wirklich gut ich bin davon sehr sehr angetan das merkt man auch das merkt man auch sonst gibt es zu den katana nur eine sache zu sagen die ich nicht so gut finde die front protection von denen also die 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 glas glas kleinere folie vorne wird natürlich immer nicht weil die halt ein bisschen abgewetzt wird mit streben und sonst was aber wenn hier was rein kommt also ich habe jetzt nur mal gerade mit mit einem nicht mal wirklich vorhandenen fingernagel reingedutscht ich weiß nicht ob man es sieht auf jeden fall ist die der rücken hält das auch easy aus aber die front nicht ich habe das getestet mit zwei würfeln ich muss mal gucken ob ich da noch die die bilder zu haben ob ich die höhe noch habe das natürlich vollkommen normal dass eine hölle schaden nimmt bin super begeistert davon ich würde die katanas auch wirklich leuten empfehlen wahrscheinlich gerade zu commande spielen oder so weil es wirklich wirklich angenehm zu mischen ist so und dann ihr merkt schon ich spiele damit schon ein bisschen am rumspielen damit ihr den obligatorischen test habt jetzt der test ist absolut nutzlos aber ich mache ihn trotzdem gerne ich würde sagen das war es hierfür und im sinne meiner review sachen gesponsorten review sachen wie dieses video eben auch gesponsert ist mache ich giveaways und dementsprechend kommt jetzt noch ein giveaway weil ultimate guard hat mir auch diese wunderschöne kappe noch mit gesendet und ich bin da ja jemand ich trage diese kappen sehr oft und habe davon auch schon ein paar deswegen würde ich davon gerne was weitergeben das sieht jetzt in diesem licht sehr grün aus eher in türkis das liegt an dem licht das tut mir leid ich würde sagen wir nehmen einmal dieses wunderschöne produkt und einmal gebe ich noch die katanas die ich nicht gebraucht habe dabei beziehungsweise ein packen habe ich durchgetestet den anderen habe ich aktuell noch im test falls irgendwas sein sollte es nachschieben kann die blauen katanas gebe ich noch mit dabei das heißt zwei leute werden rausgesucht jeweils einer bekommt die kappe eine bekommt die sleeves und alles was sie dafür tun ist erst mir sagen habt ihr mit ultimate guard produkten schon erfahrung habt ihr dort schon hüllen deckboxen oder ähnliches benutzt vielleicht habt ihr auch noch irgendwas was die anderen leute der community sich mal anschauen sollten damit verbleibe ich bei dem gewinnspiel bedanke mich noch mal bei ultimate guard für die chance diese hüllen zu testen mit ihnen zu rumzuspielen mit ihnen rumzuspielen und euch die review dafür zu geben wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin habe ich seht tata